Hallo, hallo liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, herzlich willkommen bei einer neuen Runde GTA Online! Mit dabei ist auch wieder der liebe AgroCold! Hallo! Der Gabax! Jo, hallo Leute! Chrisplay! Was geht? Onkel! Ja, Hallöchen! Nero! Jaaaa! Alter! Und das war's! Ich bin euer Lops, der AgroTel! Ja, gut Leute, was machen wir? Keine Ahnung! Ja, es lädt! Es lädt! Es wurde wieder mal die Zeit abgelaufen! Oh! Oh! GTA Online! Ja! Wir präsentieren neue Features! Staub, Schweiß und Benzin! So, was haben wir denn jetzt hier? Ich staub, staub, schweiß. Ich staub, schweiß, schweiß! No, 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 no... 5km Rennen! Wie sie alle durcheinander reden! Mit Monster Truck! Genau! Ja, stopp mal! Drück mal Start! Drück mal Start! Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Schotterstraßen, durch Bäche und über den Mount Josua... Ne Josiah Egal Oh Alter Fahrzeug Alter Wir müssen den eben Ja dann läuft ne Enter Fortfahren Enter So geht los hier Vier Sekunden Irgendwie sieht mein Charakter aus als hätte er drei Wochen lang nicht gepennt Ich weiß auch nicht Hm Staub, Schweiß und Bössi Wie wir alle gleich aussehen Ja so ja Ich will pink Auf die Kretze Fertig Ey die sind richtig cool aus die Teile Top die fette Grill Ja äh Lässt du mich mal los Da gibt's schmeißlos Alter rutscht der Oh 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 Nein Was ist denn los bei euch da Wir sind dann auch Oh 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 Prozent nicht ins Wasser aber so kann man es mal die Konkurrenzklapp auf und vernichtet Kapitel Garth, sie trägt sich eh noch aber die überdrehen übelst, ne, die Räder übelst krass musste gar nicht, dass man hier auch von der Fahrbahn abkommt fuck aber das war ein schöner Träger, ne? nein, scheiße, ich komme hier nicht hoch das ist für eine geile Strecke, sorry, aber das ist übel nein, scheiße, ich weiß nicht, ich mache keinen Scheiß oh, wenn ich hier nicht hochkomme ey, jetzt habe ich es gerade geschafft und jetzt weg mit dem Eiskochschiller weg mit dem Eiskochschiller nein, 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 nein oh, ihr seid doch alle krank, komm jetzt hoch hier ich komme mal beim Lenken auf der Hupe wie war so anfangen, die fette Grill? top, die fette Grill da gibt es Schweißwurst oh, tschüss Noxy oh, komm oh, Alter die Strecke ist ja echt krass, Mann na, jetzt vor allem kommt man hier vor, Alter ich komm, ich komm fresschnaubböse ja, komm doch oh, wo geht es denn jetzt hin? in Berghof oh, Alter, die Strecke ich hab nicht zu Ende mit dem Zähler was ist hier los das ist ja echt Alter, jetzt bin ich da jetzt schon Geld drin ich komm nicht an den Bäumen vorbei ja, ich bin vorne durch Wassermatt hier die Bäume sind auch härter als du schönes Flussbänds niemand ist härter als Chris Play so ist wütend Ha, mein Wagon färbt sich gleich drüber. Unke, das ist ja Platz eins hier. Ja? Ja aber nicht mehr lange. Wie komm ich denn hier hoch? Was ist das denn für eine Physik? Das war doch gar nicht möglich. Boah, Alter. Oho, ooooh... Boah, Alter... Ein Weg lang, boah. Das ist, das ist die Strecke lang, worum? Wenn ich den Weg lang. O Gott, oh nein! Nein 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 nein! Alter, wie man hier runterrunscht, Mann! Oh. Oh. Gibt's nicht mehr Hit, oh! Ich muss sagen, ich bin noch nie so'n Teil gefahren, ne, hier in nem Spiel. Ich auch nicht. Oh, fuck nein 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 nein! Oh Mann, ich war jetzt so fest! Boah, Alter! Ich komm trotzdem nicht vorbei, hier. Oh, wo, Leg! Ich bleh mich auf der Baum, du Feio, klar. Jetzt krieg ich dich. Nein, die Scheiße! Ha du Drecksack! Alter der hat mich rausgeworben Chris Alter hast du klar Ockel wo kommst du denn her? Ach du spawnst hier einfach mal Chris man Chris hat mich total Chris hat mich total Faaar Faaar So will ich sagen aber das Ding ich weiß Ich bin schon so busy wie so'n RC Car Kennt ich den? Scheiße ja Uff Aber richtig scheiße Och ey bei jedem Huckel hängt der hier Ja das krass ne Ja so schnell kann er gehen Nein Oh So sie direkt Ja komm 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 Ja Keine Ahnung Scheiß tut ne die Neft Der ist auch so langsam wie soll ich euch denn einholen Ja das frag ich mich auch gut das muss man runter Aber Chris sagt Hey da ist ja Geil 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 Geiles 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 Keim Hä Geiles komm, komm, los, fahr, schön gemacht und, und jetzt, komm, ach, schön. Ja, ne, ist klar, was ist, was, was jetzt hängt, Wasser, kann man nicht mehr bewegen. Ich glaube, mit F, also bei uns zumindest. Sehr nice. Oh, wen komm ich denn jetzt zu, Nero? Wer fährt denn hier, guck mal mal dem Chris zu. Ach, du Scheiße. Na, ich komm nicht mehr weg. Genau, wir gucken mal dem Chris zu, gute Idee. Genau. Warum, der Fett ist hier ganz entspannt, ist doch alles super. So, ich glaube, man, der Chris, der steht doch im Wasser. Echt, warte mal. Achso, ich muss Enter drücken. Ja, wie komm ich jetzt hier weg? Könnte ja ewig warten. Ich glaube, du kannst, ich glaube, du kannst, drück mal Dreieck. Drück mal mit Umschalt, fahr mal mit Umschalt. Wenn du langen Dreieck drückst oder langen Viereck oder irgendwas kannst du durch Respawn lassen. Ja, Ziel. Glückwunsch. Oh, da ist er. Voll nie beendet. So schnell kann das gehen in GTA. Scheiß Spiel. Aber bei dem Rennen hat man jetzt mal gemerkt, wer hier wirklich laut ist und wer nicht. Ach, tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich hätte da jetzt auf jeden Fall Bock auf noch eine Runde. Willst du nochmal nochmal zu Track? Nee, nie beendet. Unkel schlechte Leistung gibt ein D-Abo. Was hast du gesagt? Chris, Chris, was hast du gesagt? Da irgendwie mit einem anderen Fahrzeug, aber auch so über so eine Ekeldandschaft. D-Fahrt mit C-Gang. Also wiederholen und dann, oder was? Buckelpiste vielleicht? Ist gut. Buckelpiste, ja, komm. Ach, Buckel. Okay. Was ist denn das? 1,1... Nee, da stehen die Kilometer nicht. Was? Geht der zwar weg, der Tags war weg. Was hat er hier dacht? Oh ja, Gegner-Modi. Bickerbugs Team Z. Soll ich jetzt eigentlich Verkehr ein- oder ausschalten? Lass mal an. Ist mal schön drin. Okay, ruhig, ruhig, ich will ihn vorlesen hören. Los, unendete der Day von Ford, thank you, do. Könnte zwischendurch holprig werden. Weiß wir schon. Erstellt von Rockstar. Landrennen, und mit was? Steht dran. Und sie durch, startet. Geländewagen, lupf. Kann ja alles sein. Geländewagen, Junge, ich nehm ne Vespa. Will mal so ein übelstes Truck-Rennen machen. Low-Wider durch den Zwischen- oder Papa. Bei Geländewagen bin ich immer so... Geil! Und Buggy! War ich schon nimmer. Das sind die eigenen Fahrzeuge an, kann das sein? Nö, eigentlich nicht. Doch, weil hier ist mein Guardian. Ja, dann nimmst du halt einfach mal nicht. Ja, das Ding ist langsam. Das kriegt da nichts. Oh, das sieht nice aus. Jetzt haben wir nehm alte Blazer. Nö, ich nehm Dünn-Bagin. Ich nehm den, das ist schön mächtig, das sieht gut aus. Ich weiß zwar nicht, wie gut er ist, aber... Oh Gott, der hat ne scheiß Bremsleistung. Fuck, ich glaub ich hab, ich hab jetzt, glaub ich, ein Motorrad. Ich hab nen Kack-Fahrzeug. Ich hoffe... Alter, ich, ich kack, ich kack so ab. Freund, ich hab voll scheiße gemacht. Rutsch, weil's genau, ich hab's verkehrt Auto genug. Nachdem ich auf Bestätigen gedrückt hab, ist mir eingefallen, dass dieser Gedankengang voll für den Arsch war. Äh... Leute, ich sitze ja in dem Panzer. Was ist denn das hier? Übrigens, das Panzerfahrzeug. Da fahr ich doch die ganzen Landfahrer mal um, ne? Lundfahrten. Würde ich sagen. Ich fahr einen ganz nagelneu gekauften Dünn-Bagin. Alter, mein, das ist langsam. Das geht nicht, scheiße. Ja, tschüss. Nein, Onkel! Nein, Chris! Boah, du Drixel, wer ist das? Boah, Jo! Alter! Ja, super! Überschlag! Boah, fuck! Ja, ja. Ja, Onkel! Wuhu! Alter! Ey, ey, ruhig! Der ist ja schnell, der Buggy, oder? Übelst, ey! Nur über der momentlichen Leiter, bei der S50. S50. Ja, das war auch schön, wenn du dich schreckst. Rengening, ich bin der Crazy Frog. Alter! Ja, ich hab schon ne MZ, und du? Ne, wie hieß die frühe? Java, Java, genau. Oh Gott! Ich bin der SPK! Der ist 51 vielleicht. Ist ein bisschen neuer. Boah, Alter! Das kommt doch gar ned, ne? Ey, der Nox, den kriegt man überhaupt nicht, weil der schon von Grund auf schneller ist. . . . . . . . . Das war explodiert. Ja, das war explodiert. Ja, toll. Kaum ist er mal drei Sekunden nicht erster, sprengt er sich erstmal die Luft. Genau. So ist der Gewachs. Meine Idee war doch nicht so schlimm. Ich glaub, der hat Sprengstoff geladen oder so. Ne, Fockwürste. Und er ist Vegetarier. Genau. Deswegen platzt er. Ich werde mich selbst futtern. Nein. Ich bleibe an jeder Kackecke hängen. Hey, unfair. Tja, das war eine gebrochene Achse, würde ich sagen. Hat sich der Buggy noch gut auf der Holperstrecke? Ja. Wir haben doch keinen Christbaumschmuck hier. Aber was fällt der so langsam vor mir hier? Weg da. Scher dich weg. Chris, wer ist im Schaden? Ich sitz oben auf der Spitze. Das war ich nicht. Alter, die Motorräder sind ja mega schnell. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Du bist der Christbaumstern. Nee, nee, lass mal. Oh oh. Ja toll, jetzt fährt der Zug hier lang. Ich komm nie vorbei. Ernsthaft? Was soll der Scheiß? Lass mich vorbei, du Scheißzug. Hast du zu Weihnachten auch einen Christbaumständer? Oh ja. Dick wie ein Baum, sag ich dir. Aber der piekst so. Der piekst so. Der piekst so. Der hat wieder einen. Und der hat auch Christbaumschmuck. Ring um die Eier. Ring um die Eier. Ring um die Eier. Geh mal. Ich wollte nicht sagen, aber ich hab's schon wieder gewonnen. Warte ab. Vielleicht kommt ein Zug, der fällt runter. Wäre die Leitplanke da vor uns nicht gewesen. Und dann wäre das auch wieder ganz anders, ne? Jaaa. Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Warum? Weil sie genervt hat. Weil er keine Ausreden mehr wusste. Aber ich hätte nicht fast gekriegt. Werde die Plastikgabel im Sand stecken. Ja. Genau. So. Was bin ich denn jetzt hier? Vierter. Ja, aber die Buggys sind wirklich ganz schön schnell. Oder eure komischen, äh... Oh, der Panzer, der kriegt ja da hin, ey. Wer hat denn den Panzer? Akku oder was? Ja. Der war richtig langsam. Der sagt ja, der hat doch... Sein Ping. Das ist ein Panzer. Was für ein Panzer? Panzer, ich begrüße Sie. Boah. Geht's noch? Weil man steigt eigentlich relativ schnell noch Level. Ja, guck's euch an, ihr Wichser. Mit deinem komischen Helm da. Der ist stylisch, lass mich. Das ist ne ausgeholte Bowlingkugel. Ja. Wobei, jetzt nochmal gefällt mir. Enter. Ja, aber hab ich nicht. Nochmal wiederholen, oder was? Rollfeld überrollen. Warum haben wir so viele? Oder hier, durch die Wildnis. Guck mal, da haben wir die gleichen Dinger da, wa? Durch die Wildnis, komm, ab geht er. Ohhhh. Was sagt der Teil noch? Was sagt der Teil noch? 13. Er sagt 13. Boah, das ist aber dicke. Easy. Einer geht noch, einer. Ich würde dann aber... Also ich würde zum Abschluss des Parts dann aber gerne mal wieder Online-Modus wechseln, weil ich dann gerne nochmal einen Gabaxel so runterstellen müsse. Weil wenn die Zeit hier runterläuft, funktioniert das nicht. Ja. Ich würde auf jeden Fall mir jetzt den dritten Sieg holen, weil alle guten Dinge sind drei. Ist klar. Ist klar. 3,6. Das bedeutet, dass du jeden umbringen musst, der dir in die Quere kommt. Punkt-zu-Punkt-Gelände rennen durch den Wald vom Paleto mit einem gewaltigen Sprung. Na hast du schön gemacht. Ja, ich finde das sehr schön. Super. Das ist der Anfang verpassen wir immer. Das Problem ist, ich habe jetzt mitbekommen, mit einem gewaltigen Sprung. So. So. Oh, guck mal. Jetzt können wir was anderes auswählen. Was musste man da jetzt machen? Ich denke, die Wildnis... Boah, ich nehme den Marshall. Ne, Quatsch. Was nehmen wir? Galahari. Ich nehme... Was nehme ich wohl? Ich nehme den Penetrator. Ah. Kann man nicht entscheiden. Auch nicht. Wie schnell ist denn der Buggy? Wisst du das? Der zieht gut. Ja. Vor alle Fälle im Gelände. Komm, nimm mal einfach. Bitte Marshall, nimm mal. Kenn ich nicht. Das ist ja auch keine Person. Was? Was stimmt? Das stimmt doch bei dir nicht da. Drei gewonnen, fünf verloren. Den kenne ich nicht. So werden wir doch gar nicht gemacht. Keine Ahnung. So, ein dicker fetter Monster Truck hinter mir. Was geht hier? Leute. Ich bin ein Buggy. Was geht? Ich bin ein Buggy. Ich glaube, der Buggy hat gute Chancen. Oh, ich doppelkacken so ab. Ja, es sei denn, ihr fahrt mich jetzt tot. Chris, ich glaub mir kacken ab. Ja, glaub ich auch. Obwohl? Vielleicht krieg den Gabax kaputt. Wow, wow. Alter, ich seh nix mehr. Alter. Ja, mich überschlägt's mal wieder. Ist klar. Ja, unser Argument ist ja zu geil. Oh, wieder ein Baum. Schlagfertig. Ich sag das, die Freunde. Oh, das ist schön roh und dunkel. Chris? Nicht, dass du's vergisst. Wir fahren gerade durch den Wald. Ich hätte... Ja. Ich hätte Pförster werden sollen. Die würden da nicht mehr stehen. Muss halt mal Erster werden. Was ist denn ein Pförster? Guten Tag, Herr Pförster. 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 Pförster mit PF. Naja. Alter, was geht mit dir Nero? Geh weg. Ohhhh. Tschüss. Nicht gut. Nicht gut. Wie, wie kann ich eigentlich Licht anmachen? Ich seh nix. Oh, wieder hoch. Ernsthaft? War aber die geilste. Hab ich hier überhaupt Licht beim Buggy? Nee, hab ich nicht. Alles klar. Oh, die sind schon kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Chris, brems. Brems. Wer ist denn da vor mir? Wer ist denn Erster? Ich. Und der Gestinkfuß? Ja, Agro. Agro, ja. Agro, ja. Agro, ja. Oh Gott. Ich häng ab. Ich, ich häng fest. Ich komm nicht raus. So, Agro. Ja, schön. Schöne Drehung. Oh nein. Und tschüss. Der war nice. Fuck. Alter. Komm ich denn da jetzt wieder hoch? War nicht. Soll ich in die Luft fahren, ne? Boah. Ja, meiner wollte spontan eigentlich Flül raus wollen, aber. Hat er nicht hingekriegt. Hölte Tastikon. Ach, ich bin hier auch runtergefallen. So. Nein, nein. Oh. So, ab und zu Musso. Blick auf die Welt. Geht weg. Ja, ich häng guck auch. Alter. Ich, ey. Boah. Der hat ne Beschleunigung hier, ey. Wüsste. Also am mindestens einem Baum werde ich noch hängen bleiben. Boah. Das geht noch wie mit der Bär. Wenn's nur ein Baum wär. Bist du letzter? Chris? Ne, ne. Ich bin dritter. Ich bin letzter. Ach. Chris ist vor mir. Alter, du darfst nicht vergessen. Chris will ja noch Förster werden. Förster. Alter. Ist das eigentlich Förster? Erklärt mir das mal. Förster. Ist das einer der Pflaumen sammelt oder was? Ja. Die heißen Quetschen. Boah. Viel Spaß. Alter, hier muss man ja tierisch aufpassen. Viel Spaß. Oh Gott. Oh nein. Viel Spaß. Viel Spaß. Wow. Wow, wow, wow. Da geht's auch noch kaputt oder? Was sind das für Mist hier? Alter. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist das? Das ist Hilfe. Ey, wo geht's die? Nein. Macht ihr denn da mal? Luft holen. Oh, Luft. Oh fuck, man. Alter. Alter. Alleklar. Nur fliegen ist schön, Alter. Alter, wie kr- Jakob, halt doch mal an, du blödes Auto. Was ist das für ne Strecke, Kollege? Oh, Mama. auch aber bei der Leitworte da ist der Begründung der Begründung der eine schritt Steine der andere schritt Bäume da kommt Strecke die Strecke ist komisch oder nach der ersten nach dem ersten Punkt kaputt ich komme nicht ich denke nur als das Auto lieber schlafen die Lob allerweiligen Sparage Akrobatten auf mich meine Frau nach dem Bauchstumpf und ein Monsterrad passiert gerade so das sieht gerade voll geil aus dem Wald nein ich habe mich überschlagen ich kriege noch nein 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 komm fahr 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 nein ja nein ich auch noch nein 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 fahr 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 ich bin wie ich hier die Tasse zu gewissen haben Ohr der Ruhm-Dick-Fahrer der Schilder der Schilder 3 Strecke 8 Puppet wird aber bei der Hälfte Stoffel der Daumen hoch Prozent Prozent der Einstieg ein Kackstein Worte und die Bühne gerne an Orta aber auch aber auch wenn ich war und das hat auch gegen Holz Stammweil ist es ist und er ist jetzt noch drauf er hat zweiter so ein kack ich war zweiter wird da beschrieben Prozent siehe da ich wieder das ist ein paar Kurs mitgebracht werden bekommen uns in der Umstände er nimmt ein Lerner mit einem Lerner er hat sich in die der Bruder ja da würde ich sagen was man kann oder Aber was? Jo, easy. Wir gehen mal in eine freie Welt, wie gesagt. Jo, jo. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Drück erst mal Küs. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss. Der war zu spät.